Hey, na du? Na du geile Schnecke? Hast du Bock auf Mega Man? Willkommen zurück, meine kleinen Vortilk-Freunde da draußen. So, wir machen direkt weiter und ich habe es mir nicht nehmen lassen. Ich habe ein wenig nachgesehen, ob ich denn noch wirklich die 100% eventuell erreiche oder nicht. Und nein, würde ich nicht, wenn ich so weiterspielte, wie ich bisher gespielt habe, denn ich habe etwas übersehen, leider Gottes. Und ich möchte wenigstens alles zeigen im Spiel und es tut mir leid, dass ich nachgesehen habe. Ich habe der Versuchung nachgegeben und musste zumindest wissen, ob ich es denn erfülle oder nicht. Und leider Gottes hätte ich es nicht erfüllt, wenn ich so weitergespielt hätte, wie ich... Was ist denn jetzt los? Wo ist denn mein... Ich war doch beim letzten Mal Becher. Ich hätte es nicht erfüllt, wenn ich so weitergespielt hätte, wie ich bisher gespielt habe. Und deswegen... Ja, ähm... Ich habe es angesagt, dass ich 100% mache. Also machen wir auch 100% und das wäre halt nicht möglich. Ich habe auf jeden Fall irgendwo in dieser Stage vergessen, einen Energietank-Schnuffel-Erweiterungs-Purzel einzusammeln. Moment, nur kurz hier gucken. Ja, okay, gut. Schön, dann haben wir ihn wohl direkt gefunden. Es ist... Hat jetzt auch sehr, sehr lange gedau... Wer... Gott, oh meine Güte. Ähm, in Ordnung, dann... Ah, und damit haben wir nun, glaube ich, alles. Nehmen wir wieder die Escape-Unit. Oh Gott, null Leben. Ja, beim letzten Mal ist da ein kleiner Fehler mir unterlaufen. Wes... Ähm, ein... Ähm, reden wir nicht drüber. Das werden wir auch noch nachholen müssen. Scheiße, stimmt. Das darf ich gar nicht vergessen. Da müssen wir noch mal ein paar Leben sammeln. Aber das werde ich nicht mit euch machen, weil das ungefähr genauso spannend ist, wie eine Tanzstunde zuzugucken. Gehen wir weiter bei Sigma. Der Liebe, der Schöne, der nicht Dr. Wily... Ne, doch, Dr. Wily war ja der Widersacher vom letzten Mal. Die letzten sieben Teile, die wir bei Mega Man hatten. Dr. Light ist der Gute, wie es auch der Name verrät. Dr. Wily ist es nicht Sigma, der Bösewicht. Oh, die nächste Stage des Grauens liegt vor uns und nicht erobert werden. Nun mit hoffentlich vollkommen kompletter Energie meinerseits. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich noch ein weiteres Kadenze übersehen. Ich habe nur nachgesehen. Ich werde, glaube ich, sicherheitshalber nochmal so einen Check machen. Das ist jetzt natürlich hier sehr dämlich gebaut, weil da oben die Fledermaus sich versteckt hatte. Ähm, nein, machen wir das so. So, bevor wir hier direkt in den Abgrund stürzen. Ich darf jetzt nicht irgendwo runterfallen. Null Leben bedeutet halt leider Gottes null Leben. Besser gesagt auch kein Leben. Nicht ein einziges. Kein popeliges, kleines, doofes Leben. So, nach oben. Oh Gott. Okay, einfach weitergehen. Töten kann man wann anders. Oder auch genau jetzt. Gut, weiter. mit deiner Power Faust nach vorne hinein in den Zwischengegner, der da sein wird. Ach, chill. Och, mein Pinguin, mein Süßer. Oh, du niedliches, kleines, süßes, unfähiges Wesen. Nehmen wir doch mal die Flammenkanone der guten Einäscherung. Gucken. Ja, okay. Das verspricht jetzt schon schlecht zu sein. Oh. Der Arme zerbrutzelt. Och, nein. Pinguin, Mann. Tut mir leid. Und ich glaube, das ist die Attacke gegen ihn, mit der man wunderbar in seine Bauchklatsche-Attacke auch hineingehen darf. Das sollte ich eventuell noch einmal besser spielen. Was, 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 was? Ich würde dich gerne treffen. Na, vielen Dank. Ich glaube, ich habe davor ohne Flammenwerfer minimal besser gespielt. Wir laden mal den Flammenwerfer auf. Wozu haben wir den denn? So. Und Flammentornada. Toll. Geh halt nicht rein. Schön. Dann noch einmal. Der Gegner wusste quasi, was wir vorhaben. Und genau, mach das so. Jetzt. Nicht viel mehr Schaden als sonst. Ja, gut. Dann machen wir das halt auf die langweilige Art und Weise weiter. Vielen lieben Dank, Max, für diesen Exkurs in eine Welt, die langweilig war. Du bist der Beste. Und hohohoho. Haben wir ihn quasi zu Tode gekuschelt. So zumindest sah es aus. Ich zerdrück dich, bis du platzt. So lieb habe ich dich. Und danach esse ich dich, dass du immer in mir sein wirst. Mein kleiner, schöner Frosty-Pinguin. Hm. Gott, kennt ihr noch? Wie hieß denn damals diese Frenzels-Tiefkühlkost? Oh mein Gott. Mein Gehirn musste sich kurz daran erinnern. Kennt ihr noch Frenzels-Tiefkühlkost? Das war so eine, ich glaube mal, Ladenkette oder, ja, kleine Verkaufskette. Die ist in Berlin auch immer mal wieder hin und her gefahren. Und stand dann dort in den Berliner Straßen mit einer Bimmelbammel-Glocke und hat den eventuell hungrigen Kunden so Tiefkühlkost verkauft. Wenn man halt keinen Bock hatte, in Netto oder Edeka, den es damals noch nicht gab, zu gehen, dann hatte man Frenzel. Und die hatten auch irgend so einen Titelsong. Ja, das ist Frenzels-Tiefkühlkost. Die gibt's im Süden, Westen, Ost. So oder so. Wirklich. Also das ist kein Scherz. Das ging so, das Lied. Das war aber noch nach der Mauer. Deswegen habe ich keine Ahnung, wie die auf so einen absurden, schönen, kleinen Text kamen in ihrem Lied. Ja, okay. Wir können es nun entscheiden, den leichten Weg oder den doofen Weg. Und entscheide ich mich doch mal leichterhand für den doofen Weg, der ganz bestimmt der falsche Weg sein wird. Nee. Äh. Gleichzeitig sch... Ja, mhm. Ich spiele wie ein Butterbrot. Schön auf die Seite gefallen und ja, bloß nicht zeigen, was man drauf hat. Ja, geil. Kommen wir hier nochmal raus? Danke, Spiel. Spiel. Lag auch ganz sicherlich am Spiel und nicht etwa an dem schlechten Spieler, der hier probiert, sich durch das Level zu quälen. Nein, nein. Das war das gemeine Schwo. Oh Gott. Wir haben die Möglichkeit, herunterzufallen. Na, nutz, na, butz. Okay, Nummer 1. Kommt jetzt etwas Storm Eagle? Es sieht ganz danach aus, oder? Jawoll. Mein kleiner, schöner Sturm. Oh, er sieht so schön aus. Also, nicht, dass ich auf Tiere stehen würde, aber Mann, der hat was. Den machen wir jetzt einfach mit dem Pipapo-Buster. Jabadabadoop. So hatten wir ja den beim letzten Mal auch erfolgreich in seine Schranken verwiesen. Zurück in den Käfig von Oma Grantlbart. So. Auch wenn das ein bisschen länger dauert, aber das ist ein wenig actiongeladen, also der Kampf. Oha. Außerdem weiß ich ehrlich gesagt nicht, was die Fähigkeit gegen ihn ist. Könnte man natürlich ausprobieren. Aber wieso ausprobieren, wenn man Langeweile haben kann mit dem royalen, blöden Funkemann? Oh nein, die Attacke, die keinen Schaden macht. Bitte verschone mich damit. Gott. Tut mir schon ein bisschen leid. Das Einzige, was er wirklich effektiv kann, ist so herumgleiden und zweiden. Zweiden. Genau. Das gute alte bekannte Wort zweiden. Hip-Hop. Dankeschön. Wir mussten ihm auch wieder einmal diesen guten Moment geben, dass er einmal den Erfolgskleinaugenblick hat, in dem er uns einmal treffen durfte. Aber nicht da, mehrmals. Muss ich jetzt nur minimal... Alter. Gut. Schlecht ges... Hallo? Ja, der Funk ist wieder zurück. Man merkt es. Wunderbar. Total beglückt. Mit schlechten Spielereien meinerseits und blöden Vögel... Vögeleiern. Hallo? Okay. Entweder er oder ich heißt es jetzt. Ich werde davon absehen, einen Energietank zu benutzen. So viel Ehre. Steckt noch in meinem kleinen Robo-Körper. Hahaha. Wer ist jetzt der gelackmeierte blöde Vogel? Von wegen, der frühe Vogel fängt den Wurm, der hätte mal lieber ausschlafen sollen. Ha! Schlechte Wortwitze gibt es weiterhin hier. Nur bei mir. Äh, links. Oh. Das arme kleine Vögelchen. Aus dem Nest frisch geschlüpft. Rausgefallen, noch nicht fähig zu fliegen. Stand es seinem widerlichsten Widersacher. Mega Knorpsel im Weg. Oh Gott. Ich kann schon wieder. Hm, nicht sterben. Max. Gut. So, jetzt haben wir ein bisschen wenig Energie und der eine oder andere würde jetzt sagen, Mensch, du hast doch noch einen Energietank benutzt, den doch. Ha! Energietank Schmähner-Pipank, sag ich immer. Hm. Ein altes Sprichwort, ganz klar. Ach du Scheiße. Na, das verspricht jetzt hier ein schöner Kartoffelsalat zu werden. Höppada, hoppada. Jawohl. Getroffen. Ohne, dass wir selbst getroffen wurden. Gib mir Energie. Warum nicht? Ach, Scheiße. Ich werde einen Energietank verwenden müssen. Mano. Ich wollte ein bisschen gut sein, aber nein. Benutzen. Gott, die Taste zum Benutzen ist auch gut versteckt auf dem Pad. Jo, der sieht jetzt nicht unbedingt optimaler aus, aber dafür schön erfrischt gehen wir zum nächsten Zwischengegner. Ich bin ein bisschen verwundert. Ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass die ganzen Robo-Kumpel, denen wir bisher begegnet sind, es wieder in alter Manier in einem Kapsel-Auswahl-Verfahren gibt. Aber nein, diese Möglichkeit ist uns leider nicht gegeben. Deswegen einfach weiter zum nächsten Freak. Och du Scheiße. Was soll das denn? Was? Okay, Augen zum Schön an. Was? Wir machen aber so ungefähr gar kein... Au, Scheiße. Der Schaden ist ja mal eben gerade nicht vorhanden gewesen. Was? Was soll das jetzt? Oh nein, da unten sind Todesspikes. Ich... Ach du Schande. Ich sehe sowas von kommen. Ist eventuell der leichteste Gegner, den es von hier bis Mittelbach gibt, aber... Ja. Ne, 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 ne. Hör mal auf. So. Nein, 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 nein. Megaman findet das... Die Queen und ich finden das nicht schön, was du hier machst. Okay, einmal nach unten. Und beim nach oben schlawenzeln. Okay, okay, okay. Schön, schön Ausdauer haben, Max. Ja, blöde Augen. Was wollen die eigentlich von mir? Das ist ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe ein Auge auf dich geworfen. Äh, 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 ähm, ähm. Gut. Was habe ich gesagt über schlechte Witze, dass ich die lasse? Ja, 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 ja. Ganz klar. In alter Manier. Sich nicht mal einmal an seine eigenen Wörter halten. So. Oh, fliegt doch auf mich zu. Äh. Das sieht bisher allerdings ziemlich gut aus, muss ich... Oh, oh. Das sieht jetzt weniger gut aus für ihn. Und auch fast schon wieder für mich. Heilige Scheiße. Der hat ein anderes Muster gerade beim Fliegen gehabt. Ne, 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 ne. Okay, ich nehme einen Energietank. Scheiße. Ich glaube, ich bin der einzige Mega-Mensch-Spieler, der zwei Energietanks verwendet für diese Stage. Aber nun gut. Ja, also, wer spielen kann, der möge sich bitte erheben. Und ich bin es nicht. So, wie wirst du laufen? Gut. Achso, ne, überhaupt nicht gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein bisschen Contenance, Nonchalance. Gut. Und jetzt nur noch ihn hier. Ne, das ist aber uncool. Aha, jetzt muss ich ja sein Momentum immer abpassen, wie er erscheinen wird. Ja, das wird jetzt nämlich direkt so kacke bleiben. Ne, 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 nicht Spikeys. Alles nur keine Spikeys. Wir bleiben hier oben in der Ecke. Eventuell können wir dann irgendwie am besten ausweichen. Okay, 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 okay. Noch einen mitgeben? Ne, natürlich nicht. Schon wieder mit dem Hintergrund verschmolzen, das kleine... Drecks. Ja! Oh Gott, oh Gott. Ich dachte, wir fallen in die Spikes rein. Hadadabadadabu. Mit null Leben ist das echt nicht gut, was ich hier mache. Vor allen Dingen ist das generell nicht gut, was ich hier mache. Hey, da möchte ich doch lieber russisch Roulette mit mir alleine spielen, mit einem vollgeladenen Trommelrevolver. Vielen Dank. Cha-ching! Ah, und ab in unsere Wunderkugel. Ach nein, leider. Nicht wie bei Maireike Amado damals. Hinein in die Wunderkugel und hinaus mit dem neuen Mega Man. Nichts da. Ach, verdammt. Ich habe ein bisschen Bammel davor, direkt in die Stage reinzugehen. Ich würde sagen, die letzten... Ja, wir werden einfach die letzten Minuten damit zubringen, unsere Energietanks voll zu sammeln. Das ist ungefähr wirklich genauso spannend, wie ein Blatt Papier zu falten. Einfach so schön längs und quer. Ja, wir werden einfach hier am Anfang genau das nämlich. So wollte ich das. Oh, zum Aufsammeln der Energietanks ist das hier optimal. Und wenn uns Fortuna ein bisschen hold ist, dann bekommen wir hier nämlich auch das eine oder andere Leben. Ja! Man muss es nur ansprechen. Das ist ja herrlich, dieses Spiel. Und beim nächsten bekomme ich eine Dralle-Brünette, die sich auf mich setzt, wenn ein Gegner kommt. Na? Okay, ich kann euch bestätigen, es hat gerade nicht an meiner Tür geklopft oder geklingelt. Keine Brünette, kein gar nichts. Ja, schön. Klappt also doch nicht so, wie ich es mir gewünscht hatte. Ein... Sag mal, das war schon wieder derselbe Geg... Moment! Gibt es etwa eine Gegnerart, die immer wieder ein Leben verliert? Wenn dies so sein sollte, dann werde ich doch gleich einer der glücklichsten Mega-Man-Spieler, nebenbei bemerkt auch einer der schlechtesten Mega-Man-Spieler, sein. Ich meine, das eine war ich schon vorher, aber das andere werde ich gleich. Und... Naja, schade. Naja, schade. Da hätte ich dann doch lieber gern die Brünette wieder, die es gar nicht gab. Im Super-Sonder-Spar-Abo. So, da das alles so spannend ist, gehen wir noch einmal zurück. Hey, da lohnt sich doch das Warten auf die Videos. Habt den ganzen Tag heute auf ein Fang-Video gewartet und ich wurde nicht enttäuscht. Er ist 35 Minuten lang von links nach rechts und rechts nach links gegangen. Mama, ich glaube, ich höre mit der Schule auf und warte den ganzen Tag nur noch auf Fang-Videos. Ich dachte, ich höre super, du kannst dich hier nicht vorstellen. Es tut mir sehr leid für all die Leute, die eventuell, auch nur eventuell hier etwas mehr erwartet haben. Ähm, 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 Mareike Amado, um dieses Thema wieder aufzugreifen, damit hier doch nochmal ein kleiner Gesprächsfaden entsteht. Das habe ich damals sehr gerne gesehen. Das war zwar ein bisschen erniedrigend für die Kinder, aber ich glaube, damals fing das auch so für mich gerade erst an, Geschmack fürs Fernsehen zu entwickeln. Die Mini-Playback-Show. Großartiges Fernsehkonzept. Kinder, die von irgendwelchen Eltern zur Schau gestellt werden, ohne dass die Kinder natürlich befragt werden. Das hat mich danach dann irgendwann, glaube ich, nur nochmal erinnert, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gab eine Zeit lang, da hatte ich halt noch Fernsehen gerne gesehen und dann gab es halt so eine Kacke wie zum Beispiel das Model und der Freak. Eine schreckliche Sache, das Model und der Freak. Wirklich menschenverachtend hoch fünf. Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil am Ende kamen dann auch die sogenannten Freaks. Man sieht mich jetzt, wie ich Entenfüßchen links und rechts neben dem Wort Freak bilde. Kamen die dann auch in so eine Art Verwandlung, wo ihnen sämtliche Identität genommen wurde und aus ihnen ein neuer Mensch geformt wurde. Total angenehm zuzusehen vor allen Dingen, wie die Menschen, die sich eigentlich eventuell vorher in ihrer Haut halbwegs normal glücklich gefühlt haben, dann in alter Bravo-Manier umgestylt werden, um einem Bild zu entsprechen, welches mal für zwei Monate lang irgendwie Trend war, dank Heidi Klum und Konsorten. Das war was ganz Schlimmes. So, wollen wir noch ein Leben bekommen? Wir wollen noch ein... Ich bin ja schon... Ich bin ja schon fast wieder versucht, ehrlich gesagt, das Ganze hier in der Stage noch einmal zu probieren, mit dem, was ich euch beim letzten Video zeigen wollte. Doch, ich werde davon absehen. Ich habe heute gute Manieren, ne, würde ich sagen, belassen wir es da bei sieben Leben. Wenn das... Also, das ist ein Kindergeburtstag. Da kommen auch Michael und Thomas. Das ist total toll. Jeder hat zugesagt, keiner hat abgesagt. Das macht Spaß. Wir sehen uns, meine Lieben, beim nächsten Mal also wieder zu Sigma, dem alten kleinen schweren Nöter, der uns bisher noch überhaupt nichts Schweres angetan hat. Also, wir wissen... Story-technisch muss ich dieses Spiel mal ganz kurz bemängeln. Wir wissen zum Beispiel nicht, ob der liebe Sigma hinter diesen bösen, bösen Roboter-Kumpeln liegt, diese Acht, oder was Sigma überhaupt macht. Nur, dass Zero gesagt hat, Megaman, ich werde zu Sigmas Festung gehen. Wir treffen uns da. Und, ja, vielleicht ist es auch ein guter. Vielleicht haben wir es hier mit einem schönen, schönen Putzo-Bot zu tun, der einfach nur die Straßen säubern will. Und auf einmal kommt Megaman und sagt, ne, 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 die Bananenschale lässt du mal schön liegen, ne? Die, die, die gehört da hin. Das ist meine Straße. Wer weiß, vielleicht ist Megaman hier auch der Böse. Ich bezweifle es, Megaman ist immer der Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, meine Schönen, meine Lieben. Euer Funk-Royale. Leben aufsammeln, hat Spaß gemacht. Over and out. Bis dahin.